Marco Angelini, wo war der nicht schon überall dabei? Helden von Morgen, Starmania, X-Faktor, Herz von Österreich, Deutschland sucht den Superstar, Dschungelcamp und jetzt auch noch das Supertalent. So viele Sendungen, so viele Versuche den großen, großen Durchbruch zu schaffen und was ist draus geworden? Offensichtlich nicht so wirklich was. Wenn man immer wieder in diesen Trash-TV-Formaten versucht, groß rauszukommen, immer wieder daneben landet, das bedeutet doch eigentlich, dass diese ganzen Formate im seltensten Fall jemanden zum großen Star machen. Ganz im Gegenteil. Es scheint mehr so als, ja, verbauere man sich eigentlich die Karriere durch die Teilnahme an solchen Sendungen. Okay, ich meine, der Typ kann auf jeden Fall singen, da will ich eigentlich gar nicht großartig drum rummeckern, aber eigentlich ist er der beste Beweis dafür, dass, ähm, wer groß rauskommen will, sollte erst recht nicht zu solchen Sendungen gehen und ganz besonders nicht zu das Supertalent. Und, wenn man hier vorstellt, wird es, ähm, wer geht.